Gebracht, haben uns alle richtig reingehauen, haben dominant gespielt, haben den Ball laufen lassen, haben uns auch doch einige Chancen herausgespielt und haben eben wirklich gutes Pressing gespielt, haben den Gegner unter Druck gesetzt. Ich glaube, in der ersten Halbzeit haben wir es sehr dominant gestaltet, ohne jetzt die riesigen Torchancen zu haben. Bei der Qualität musst du halt auch immer im Hinterkopf haben, wie schnell es dann gehen kann. Das hat man in der zweiten Halbzeit gesehen. In der zweiten Halbzeit hat Paris dann umgestellt, da sind sie ein bisschen besser ins Spiel gekommen. Trotzdem am Anfang der zweiten Halbzeit hatten wir es trotzdem noch im Griff, hinten raus hatten wir dann ein bisschen Glück. Wir freuen uns natürlich, dass wir gewonnen haben, das war unser Ziel heute und dementsprechend sind wir auch für das Rückspiel positiv gestimmt. Wichtiger erster Schritt für uns, das Ziel auswärts in Paris, die drei Punkte mitzunehmen. Alles kann man da nicht weg verteidigen, aber ich finde, defensiv haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht. Auf jeden Fall sind wir happy, dass wir hier gewonnen haben. Wir wissen jetzt aber, dass es jetzt erstmal in der Bundesliga darum geht und dann in drei Wochen geht es, glaube ich, weiter. Jetzt geht es darum, die Konzentration hochzuhalten und in dem Rückspiel genauso eine Leistung zu bringen, zu bestätigen.